Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Golem Body Personal Training Video. Das heute wird etwas spezieller, weil ich eine Überraschung für meine Bootcamper geplant habe. Und ihr dürft fast live mit dabei sein. Euch kann ich es ja verraten, wir gehen in den Wald, machen es Feuer, es gibt Gerschen-Suppe, es gibt Samy Klaus-Säcke, gute Weihnachtsmusik, wenn man es von mir kennt. Und darum, ich habe mich jetzt dazu entschieden, ich gehe so Einzahlungen machen. Und zwar aus diesem Grund, weil ich freue mich das ganze Jahr über, um meine Christmas-Jumpers anzulegen. Und nachher denkt man sich wieder, mhm, nein, ich glaube, da hinten kann man nicht anlegen und da ist wahrscheinlich auch nicht so schlau. Aber ich sage euch, es ist mir so scheisse egal. Weil das ist die einzige Zeit, wo man die anlegen kann. Weil im Januar ist ja schon wieder vorbei. Also, darum versteht mich bitte. Also, ich kann euch hier gerade mal etwas zeigen. Und zwar habe ich hier schon alles vorbereitet. Das sind die Samy Klaus-Säcke. Es hat für jeden noch ein Gemüse drin, verschiedene Sorten, Christmas, Dinacolada, Zeug und Sachen. Der Schrift Zufallsprinzip, da haben wir noch mehr. Es sollte für jeden einen haben. So, ich zeige euch jetzt mein allerliebsten Favorite. Weil ich habe schon so lange kein Favorite mehr gemacht. Und ich sehe gerade, wo sie sind. So, das ist es. Mein absoluter Baby. Mein Traumauto. Ich habe es zwar schon seit dem September, Ende September. Und ich weiss, Winterpneu sind nicht gerade die schönsten. Ich sehe hier alles schön beschriftet. Ich habe bereits seit dem Ende September, wie gesagt. Und ich habe nie mehr Zeit gehabt für ein Favorite Video. Und darum sehe ich es erst jetzt. Und ich habe eine Freude. Das ist das Auto, das ich mir schon sehr, sehr lange gewünscht habe. Das habe ich mir jetzt hart erarbeitet, um mir das zu leisten. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Auto endlich habe. Und dann, hier hinten sehen wir das ganze Puff. Es ist alles wahr für heute Abend. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich wollte eigentlich nur ein Feuer machen und ein bisschen essen. Und es braucht so unglaublich viel dafür. Aber ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe alles miteinander. Und es geht weiter. Freust du dich? Hast du das Video gemacht? Ja. Hast du? Ja. 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 Alles hat ein Ende. Es war ein Erfolg. Wir haben es geschafft. Wir löschen das Feuer. Wir sind alle nach Hause. Es war ein ganz, ganz cooler Abend. Ich glaube, wir waren alle zufrieden. Wir haben fein gegessen. Das war es. Tschüss!